harry sagt guten morgen heute am fünften märz 2020 es ist 8 uhr wir haben 20 grad wir haben keinen wind haben keine wellen und im moment auch noch nicht viel sonne ja hier die vorbereitung für eine sportveranstaltung einen lauf hier auf gran canavia am wochenende ja und harry hier im zieleinlauf ja 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 so mit diesen aufnahmen verabschieden wir uns die gewohnt und sagen Hasta manana.